Hallöchen Leute und herzlich Willkommen zu GRANNY! Ein besonderes Horrorspiel. Ok, heute würde ich das komplette Spiel durchspielen und das heißt, es wird eine schwere Arbeit. Zum Schluss spiele ich dann den Extremmodus oder den harten Modus zuerst. Also, ich bin erst bei den harten Modus. GRANNY MOVES A BIT FASTER. One extra look on the main door. Ja, ja, na toll, super. Na dann, ich würde sagen, let's go. Ok, also ich will nicht, dass sie so extrem drauf war wie die letzte Folge. Letzte Folge war sie komplett schnell. Das werden wir nochmal, glaube ich, sehen. Ja. Und der erste Tag. Warte mal, ich muss was einstellen. Ich habe ein bisschen mit dem Ton eingestellt. Ok. Dann, hier sind wir. In meiner Stinkerbude. So, was haben wir hier? Du solltest das Haus verlassen, das wissen wir doch. So. Aber dieses Video... Junge, da ist sie schon da! Oh, jetzt hat diesmal ein Backflip. Jetzt diesmal ein Backflip. Das war ein Backflip. Ok. Tag 2. Also du wirst... Du wirst immer... Du wirst immer von deiner Oma von Baseballschläger geschlagen. Dann machst du ein Backflip. So... So ist es immer. So ist ein Tagesablauf im Hause Grannys. So ist es halt. Ok. Dieses Video... Wird... Vielleicht nicht gesponsert, aber... Junge, schnell! Sie ist schon so schnell! Warte mal! Wuh! Hä? Kannst du mich finden, ne? Oh mein Gott! Was war das für ne Schrecksekunde? Und... Und man sucht nicht hinter... Das... hab ich unkommentiert... gemacht. Also... Da würde ich mich jetzt fragen... Lohnt sich das überhaupt? Ok. Ich will zurück zum Spiel. Junge, ich will doch nichts! Ah! Ich will nichts kaufen! Ich... Ich muss... Ich geh jetzt weg. Nein! Nicht der Arizona! Ich möchte kein Arizona anschauen! So! Neues Routine! Fängt an! Und diesmal... werde ich nicht sterben! Aber... Wie hat sie mich gefunden? Ist sie jetzt so drauf wie im Extrem? Keine Ahnung! Aber... Ich glaube ich höre sie! Ich glaube ich höre sie! Ich glaube ich höre sie! Ich habe sie gehört! Ich habe sie gehört! Ich habe sie gehört! Wer sie kommt! Wer sie kommt! Ich will das nicht! Ich will das nicht! Alles! Sie ist da! Sie ist da! Ja! Jetzt geht es wieder los! Horrorschreckssekunde! Fängt an! Wie kann sie mich denn finden? Ok! Also... Ich kann nichts erklären! Ok! Ich versuche mein Bestes! Ich will ja nicht sterben! Aber das ist jetzt auch noch Extremmodus! Und jetzt habe ich über ein Bolognese im Gesicht! Komm schon! Wenn das jetzt nicht funktioniert! Dann... Dann switchen wir... Zu Practice Mode! Es gibt doch einen Practice Mode! Und den möchte ich mir gerne auch angucken und... Oh! Eine Bärenfalle! Wie süß! Der alte... Ich habe sie gehört! Ich habe sie gehört! Wie er sie kommt! Wie er sie kommt! Ich höre sie! Ich höre sie! Ja, da ist sie! Da ist die alte... Veganerin! Komm! Hier gibt es einen geheimer Weg! Hier gibt es einen geheimer Weg! Habe ich gefunden! Habe ich in YouTube geschaut! Warte mal! Was ist das? Witch Handle! Klingt irgendwie interessant, aber... Was ist das denn? Hä? Was ist da? Ein Teddybär! Was soll ich mit dem Teddybär machen? Bitteschön! Äh... Ja... Aber... Was ist so... Was hat denn... Teddybär zu tun? Und hier ist eine Wand? Okay, ich nehme meine... Ich höre sie! Weg! Siehste! Siehste! Oh mein Gott! Hör auf! Deine Zelando-Lieferung herabzuschmeißen! Hör aufzuschmeißen! Die macht jetzt alles kap... Die macht jetzt alles kaputt! What? Hä? Wie hat Granny mich gefunden? Was macht die da? Was macht die da? Junge, die... Die hat's... Die hat's mit ihren Händen weggemacht! Oh! Bist du verrückt geworden? Das ist jetzt ganz kaputt! Das ist Zoland! Junge... Weg! Und... Ich bin gefangen! Ja... Die lacht! Die lacht! Die hat gelacht! Wo ist die? Ja, da ist sie! Hä? Vielleicht hat was der Teddy! Hm... Sehr interessant! Sehr interessant! Aber das... Aber das hört sich an, als würde so ein Pferd galoppieren! Hu 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 hu! Ja, da geht die alte Meditante Veganerin! Okay... Das war meine Tante! Die ist Veganerin! Hm... Aber... Jetzt ist die Frage... Was kann ich damit machen? Ich will ja nicht extra im YouTube nachschauen! Warte mal! Vielleicht geht's! So! Was haben wir hier? Alter, das wird sie safe werden! Sie geht jetzt safe dort runter und sagt... Mein Gott! Was ist denn hier schon wieder passiert? Hm... Kommst du? Ja, da kommt die alte! Warte! Oh mein Gott! Wie schnell! Wie sieht sie mich? Warte mal! Ich geh zurück! Junge! Ich wette... Ich wette, sie kommt jetzt! Bitte! Ich wette, dass sie jetzt dort kommt! Ich wette, dass sie dort kommt! Ich wette, dass sie kommt! Wahre Spinne! Ich wette, dass sie jetzt kommt! Kommt sie? Wie gesagt, willst du mit mir versteckt spielen? Nein, natürlich nicht! Ich muss rein! Wuh! Was haben wir hier? Special K! Keine Ahnung! Was gibt's dort? Oh Gott! Ah, jetzt sind wir draußen! Wie geil! Okay... Oh mein Gott! Es ist aus der Französischen Revolution! Wenn ich mir das anschaue... Dann gehe ich mal... Hier aus dem Fenster... Gehe ich mal hier in das Fenster... Aber sie ist immer noch nicht hier! Oh! Das wette ich safe hören! Da ist sie! Sie... Aber sie siegt mich! Aber was tut sie? Hier! Ein Volt! Ich glaube, sie ist planmäßig, was sie jetzt... tut! Okay, jetzt! Hier! Jetzt geht die alte! Jetzt weiß sie nicht, wo sie hingehen soll! Ja! Geh doch mal raus! Es ist doch ein schönes Wetter! Hm... Wie darf ich das jetzt? Ich will nicht getötet... Ich will nicht sterben! Okay, ich riskiere jetzt um mein Leben und gehe zum Kühlschrank! Weil... Ich möchte mal ganz kurz meine Badewanne ansehen oder sowas... Aber ich gehe mal in den Kühlschrank und schlafe dort! Okay? Ich gehe jetzt mal hin! Ich gehe mal in den Kühlschrank! Oh! Da ist eine Wassermelone! Ah! Da ist was! Ah ja! Ich brauche dieses Ding! Ich glaube, da hat's was geknarrt! Jetzt könnte sie safe werden! Oh! Ne Bärenfall! Wie süß! Oh! Jetzt kommt schon die Militante! Okay! Also... Ich will es nicht so erklären, aber... Da ist irgendwas drin in der Melone! Hast du sowas irgendwo... Die Leiche von den einen Typen hingepackt oder sowas? Warum machst du hier eine Bärenfalle? Da... Da ist doch keiner! Und warum platzierst du hier eine? Warte! Ich wette... Ich wette sie... Sie stirbt! Ich wette sie stirbt! Das macht doch keinen Sinn! Okay! Ich springe mal aus dem Fenster dann! Oh! Das hört sie jetzt! Scheiße! Oh! Ich muss rein! Das hat sie safe gehört! Ich glaube, das hat sie safe gehört! Hm... Wie komme ich... Also da ist das Ding! Ich glaube da... Ich glaube, sie ist draußen! Ich glaube, sie ist draußen! Sie kann sich jetzt nicht entscheiden, ob sie rausgehen soll oder reingehen soll! Ah, sie geht draußen! Da ist doch gar nichts! Ach, die Militante! Okay! Ne, du platzierst dort eine Bärenfalle! Ah, sie hat keinen platziert! Okay, wir warten noch! Bis fünf Sekunden! Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Und... Let's go! So... So... Das sollst du jetzt reinpacken! So, jetzt... Was ist da drin? Master Cave! Die ist rausgegangen! Ja, da ist sie ja! Möchtest du ein bisschen Wassermelone essen? Ist ja gut! Ist... Ist sehr, sehr saftig! In der Frühstück! Hast du die schon auf... In fünf Sekunden schon aufgegessen? Das gibt's ja gar nicht! Schäm dich! Schäm dich! Aber was kann dieses Master Cave machen? Nein! Ich möchte nicht in die Hundehütte! Hm... I need a Playhouse game! Bitte... Bitte hofft mir, dass sie nicht da ist! Oh! Das war zu laut! Okay! Okay! Woah! Ich hab's fast geschafft! Oh, jetzt! Jetzt sieh mir die Tante! Hier! Guck! Guck mal, was ich kann! Okay, Granny! Ich werf dir was, okay? Dass du abhaust! Nimm! Alter, ich troll sie einfach! Lol, ich troll sie einfach! Oh mein Gott! Ich... Ja! Ich... Meister des Drones! Junge, ich troll sie einfach! Leute, ich hab das aufgefangen! Jetzt geht's schon! Okay, ich... Ich glaub sie... Hält's nicht mehr aus! Komm! Mach's! Komm! Hi Granny! Na, was tust du? Ich... Ich... Hahahaha! Hahahaha! Das ist... Irgendert... Okay! Oh, was ist das für eine lange Finger? Ja, gell, ey! Bist du verrückt? Bist du Barbie, oder was? Ich wette, sie schüttet mich! Ja, jetzt hab ich einen Backflip gemacht, ey! Junge! Ich hab's geschafft in dir erinnert! Du interessierst mich nicht! Das ist... Okay, dann spiel ich mal! Okay, dann spiel ich mal! Okay, dann spiel ich mal! Äh, hier! Da war er 50, 50! Palate! Oles 20! Oh! Oh my God! No, 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 no! Nein! Junge! Was mo喔test du hier auf mich verarschen! Nein, das schau ich mir. Ich will dich am Pleistow. Fünfter, der letzte Tag. Das werde ich sowieso nicht hinkriegen. Jetzt hast du mich. Ja, jetzt kommt Dropenscale. Jetzt ein Backflip. Okay, jetzt tötet die mich. Jetzt tötet sie mich. Okay. Wo bin ich jetzt? Ich bin draußen. Ich bin draußen. Okay. Nein! Jo, genau! Diese Französische Revolution. Bamm, ey. Brutal! Game over. Okay, game over. Wollte ich nicht. Day 1. Hier in deinem scheiß Bild. Ich hier. Lol. Wie willst du mich jetzt kriegen, ne? Wie würdest du mich jetzt kriegen, ne? Die wird's nicht checken. Warte mal. Ich muss mich jetzt hier verstecken. Weil sie wird jetzt safe kommen. Sie wird jetzt safe kommen. Weil sie hört alles. Ja, jetzt kommt die. Aber ich glaub, sie hat ne Glatze. Junge, wie sie lacht. Jetzt geht sie in mein Zimmer rein. Das ist ne Frechheit. Ach, okay. Was hat sie jetzt wieder mal getan? Sie hat gesagt, I can see you. Okay. Passt. Sie ist da. Sie ist da. Ich kann sie hören. Was haben wir? Die Badmühle. Oh, da würde ich ja gerne schon ein Bad geben. Gib mir eine Sekunde. Später. Sie hat mich gesehen. Sie hat mich gesehen. Sie hat mich gesehen. Loh, was ist passiert? Ich bin im Stehen. Ich wurde mit... Im Stehen bin ich einfach immer noch. Okay. Tag 2. Aber ehrlich. Ich will versuchen, die Granny zu töten. Es gibt ja eine Möglichkeit, Granny zu töten. Und das will ich gerne ausprobieren. Und das ist... Die haben dort eine Sauna. Junge. Oh, sie hat mich gesehen. Na toll. Ja, jetzt packt sie. Jetzt packt sie. Ja, jetzt ist sie umgefallen. Jetzt kommt sie. Angerannt. Ah, sie hat Zang fußt. Okay. Wenn ich das schaffe, sie zu töten, dann kommt... Dann werde ich einmal den Extremmodus spielen. Okay? Komm, jetzt. Chance. Jetzt! Töte! Töte sie! Töte sie, Bestie! Töte die Bestie! Töte die Bestie! Komm, töte sie! Töte sie! Töte! 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 Komm schon! Komm schon! Stöp! Ja gut, warum stirbt sie nicht? Ja! Sie ist gestorben! Sie ist gestorben! Sie ist gestorben! Oh, jetzt geht sie bis zum Abend luschen! Jawohl! Jawohl! Sie ist gestorben! Und das heißt, das war's mit diesem Video. Lasst gerne ein Like da und abonniert mich, um nichts zu verpassen. Und... Granny, was willst du noch sagen? Na, sie ist am chillen. Na dann, ciao! Das ist ja jetzt eine Freche, dass du jetzt verschwindest.